Xardas lässt die Orks in der ganzen Welt danach suchen. Das weiß niemand. Auf einer meiner Reisen entdeckte ich dies hier. Ich wusste, dass du es schaffen wirst. Du bist kein Freund der Rebellen. Du bist kein Freund der Orks. Kein Freund des Volkes von Nordmar. Kein Freund der Nomaden. Jetzt nimm mein Zepter und mache dich zum Erwählten Innos. Dein Schicksal hat sich erfüllt. Nun erfülle Innos' Willen. Dann wird sich dir Innos offenbaren. Ruhm und Ehre den Erwählten. Was hat er gesagt? Geh lieber, sonst kriegen wir beide noch Ärger. Nun gewähre ich dir einen Blick in die Zukunft. Mach, dass du wegkommst. Raus! Aber... Verschwinde von hier! Jetzt reicht's aber. Was willst du? Willst du Schinken? Nein. Sag mal, willst du mich verarschen? Hier dein Schinken. Ein paar Gewürze, ein wenig Rühren. Heißt das etwa, du willst nicht zahlen? Du meine Güte, weg hier! Ja, verdammt, lauf! Hier sind einige wertvolle Sachen verschwunden. Ja, ich weiß. Schinken. Alle, die in Verdacht stehen, etwas mit der Sache zu tun zu haben, werden getötet. Verstehe. Das lass mal meine Sorge sein. Hey, wer bist du denn? Da bist du ja endlich. Halt's Maul. Wenn ich dich hätte töten wollen, wärst du jetzt... Na, das war ja wohl nichts. Die Trolle sind tot. Trolle? Ja. Xardas.